In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Integrale sozusagen rückwärts berechnen kann. Was genau mit rückwärts gemeint ist, werden wir natürlich gleich klären. Wenn man mit der Integralrechnung anfängt, lernt man beispielsweise als erstes, wie man ein Integral löst. Das heißt, Normalfall, Integralgrenzen sind genau angegeben, Funktionsthemen gegeben, dann wenden wir diesen sogenannten Hauptsatz der Integralrechnung und am Ende hat man Wert für dieses Integral. In diesem Fall dieser 2e-2. Bei dieser Pseudo-Rückwärtsgeschichte sieht die ganze Sache minimal anders aus. Also wir haben wieder ein Integral, allerdings in diesem Fall ist das Ergebnis von Integral schon gegeben und wir müssen beispielsweise eine der Grenzen bestimmen oder alternativ kann die Unbekannte sich auch im Funktionsterm befinden, so wie hier dieser t. Also geht es bei dieser Art von Aufgaben darum, wenn der Wert des Integrals bekannt ist, eine Unbekannte im Integral zu bestimmen. Natürlich ist die wichtigste Voraussetzung, um so eine Aufgabe zu lösen, Tatsache, dass man diesen Hauptsatz der Differential-Integralrechnung kennt. Deshalb wollen wir uns das kurz nochmal anschauen. Also wir haben hier ein Integral. Zur Erinnerung, ein Integral besitzt eine untere und eine obere Grenze. Und wenn man dieses Integral lösen möchte, muss man natürlich zuerst die Stammfunktion bilden. Und zwar, die wird in diesen eckigen Klammern dargestellt. Und als nächstes die Grenzen in die Stammfunktion einsetzen. Zuerst dann die obere Grenze eingesetzt, minus die untere Grenze eingesetzt. Und dann am Ende hat man dann praktisch ein Ergebnis oder einen Wert für diesen Integral. Für den Anfang eine relativ einfache Aufgabe. Bestimme die positive Zahl u, sodass Integral von 1 bis u 4x dx gleich 30 ist. Zur Erinnerung, wir haben ja gesagt, wir werden diesen Hauptsatz brauchen. Deshalb habe ich es hier nochmal abgebildet. Wie verläuft jetzt das Ganze? Naja, das ist eigentlich eine Gleichung, was wir dort sehen. Wir haben sozusagen eine linke und eine rechte Seite. Auf der rechten Seite steht die 30, da kann man nichts machen im Moment. Und die linke Seite muss man mithilfe dieses Hauptsatzes noch ein bisschen bearbeiten. Das machen wir auch, wir wenden jetzt für die linke Seite den Hauptsatz an. Das heißt, als nächster Schritt bilden wir sozusagen die Stammfunktion. Naja, die Stammfunktion von 4x sind dann einfach 2x². Kommt in diesen eckigen Klammern. Von 1 bis u. Und das Ganze ergibt dann 30. Dann setzen wir natürlich die Grenzen ein. So, jetzt die obere Grenze, also u. Entsprechend haben wir dann 2u² minus 2 mal 1 hoch 2 ist gleich 30. Und jetzt formen wir ihn nach dieser unbekannten u um. Das heißt, minus 2 mal 1 hoch 2 sind ja minus 2. Die kann ich ja rüberbringen mit plus 2. Dann habe ich dann 2u² sind gleich 32. Dann teilen wir an dieser Stelle durch 2. Und somit haben wir u² ist gleich 16. Dann Wurzelziehen. Und somit ist u gleich 4. Jetzt aufpassen bei solchen Aufgaben. Normalerweise gäbe es jetzt bei Wurzelziehen zwei Lösungen. Allerdings, die brauchen wir nicht. Also wir brauchen nicht beide. Weil hier in der Aufgabenstellung steht klar und deutlich, dass u eine positive Zahl sein sollte. Deshalb ist das hier unsere einzige Lösung oder unser einziges Ergebnis. Bei unserer zweiten Beispielaufgabe werden wir natürlich ein bisschen das Niveau anheben. Für welches u hat das Integral die Werte 2e minus 2? Also im Prinzip ist es das gleiche. Ich tue jetzt noch diesen Hauptsatz rechts abbilden. Und wir legen los. Entsprechend haben wir dann hier Integral von 2 bis u e hoch 1 halb x minus 1. Der x soll das gleiche sein wie 2e minus 2. Also, wir lösen wieder diesen Integral. Das heißt, wir bilden die Stammfunktion und setzen sie in diesen eckigen Klammer. Die Stammfunktion von e hoch 1 halb x minus 1 ist 2e hoch 1 halb x minus 1. Die Grenzen sind jetzt rechts an dieser Klammer drangeschrieben. 2 und u ist das gleiche wie 2e minus 2. Und dann setzen wir ein. Zuerst natürlich wieder die obere Grenze, also u. Entsprechend haben wir dann 2e hoch 1 halb u minus 1 minus 2e hoch 1 halb mal 2 minus 1. Und das Ganze ergibt natürlich wieder 2e minus 2. Jetzt fassen wir zusammen. Dieser Termit u hier kann im Moment noch nicht vereinfacht werden. Deshalb schreibe ich ihn einfach nur ab. u minus 1. Und hier hinten, wenn wir die Hochzahl oder der Exponent von e ausrechnen, dann kommt ja 0 raus. Entsprechend ist e hoch 0, 1. Also, das hier alles ist 1 und 2 mal 1 sind 2. Also, es bleibt nur eine 2 übrig. Dann wieder 2e minus 2. Und jetzt fangen wir an ein bisschen herumzuschieben. Die minus 2 hier auf der linken Seite geht mit plus 2 auf der rechten Seite. Dann haben wir 2e hoch 1 halb u minus 1 sind gleich 2e. Minus 2 plus 2 verschwindet. Dann teilen wir noch durch 2. Und dann steht die e-Funktion alleine. Also, e hoch 1 halb u minus 1 sind gleich e. Naja, um e wegzubekommen, müssen wir natürlich logarithmieren. Zwar auf beide Seiten. Auf der linken Seite bleibt ja nur noch die Hochzahl übrig. 1 halb u minus 1. Und auf der rechten Seite haben wir ln von e. Zur Erinnerung, ln e ist ein besonderer Wert. Und zwar immer 1. Aus diesem Grund können wir problemlos hier an dieser Stelle statt ln e eine 1 schreiben. Also, das ist hier eigentlich 1. Wir bringen die minus 1, die link steht drüber, mit plus 1. Dann haben wir 1 halb u sind gleich 1 plus 1 sind 2. Und das Ganze dann mal 2, damit die 2 hier links unter dem Bruststich verschwindet. Entsprechend ist u gleich 4. So, und das wäre unser Ergebnis. Und bei unserer letzten Beispielaufgabe mische ich das Ganze ein bisschen noch mit einem Funktionen-Jar. Das heißt, bestimme t, sodass ft von x gleich t mal Sinus x mit der x-Achse für x zwischen 0 und Pi eine Fläche mit dem Inhalt 2 Flächeneinheiten einschließt. Okay, bevor wir loslegen, wäre es nicht verkehrt, wenn wir uns erstmal das Ganze ein bisschen vorstellen könnten. Also, schauen wir uns unser Funktionsterm. Das handelt sich um, eigentlich um die stinknormale Sinus-Funktion. Nur die Amplitude hier vorne wird sich ständig ändern. Naja, wenn die Amplitude sich ändert, das bedeutet nur der Ausschlag der Funktion wird größer oder niedriger. Deshalb werde ich jetzt halt eine dieser Funktionen kurz abbilden. Ich habe hier f2 von x abgebildet. Das heißt, ich habe t, den Wert 2 eingesetzt und einfach diese Funktion gezeichnet. Und jetzt dieser Bereich, von dem hier die Rede ist, zwischen 0 und Pi, hier ist 0, hier zur Orientierung Pi, ist der Bereich, der uns interessiert. Und ich glaube, jeder kann sich spätestens jetzt vorstellen, um welche Fläche es geht. Es geht um diese Fläche. So, jetzt können wir sozusagen unser Integral aufstellen. Wir haben dann entsprechend Integral von 0 bis Pi und t mal Sinus x dx und das Ganze soll 2 sein. Mit der gleichen Taktik wie vorher, mit Hilfe des Hauptsatzes, werden wir natürlich auch hier das Integral lösen. Das bedeutet, wir bilden erstmal die Stammfunktion. Sinus aufgeleitet ist minus Cosinus. Deshalb minus T, Cosinus von x, wieder in eckigen Klammern und die Grenzen, hier rechts eingetragen. Dann setzen wir zuerst die obere Grenze ein, dieses Pi und dann haben wir minus T mal Cosinus von Pi minus minus T mal Cosinus von 0. Und das Ganze muss natürlich wieder 2 ergeben. Jetzt geht es darum, ein bisschen diese Terme zusammenzufassen und natürlich einen passenden Wert für T zu bestimmen. Cosinus von Pi, naja, an dieser Stelle entweder hat man Taschenrechner zur Verfügung oder man kann sich an die Schaubilder oder Wertetabelle der Cosinus- bzw. Sinus-Funktion erinnern, wenn notwendig. In diesem Fall, zur Erinnerung, Cosinus von Pi ist einfach minus 1. Und genauso einfach ist auch Cosinus von 0. Cosinus von 0 war einfach nur 1. Also, wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen, minus T mal minus 1 ergibt 1T. Hier habe ich minus T mal 1 minus T mit dem Minus davor plus T. Also, kurz gesagt, T plus T ergibt 2. Also, 2T sind gleich 2. Wir teilen durch 2 und somit ist T gleich 1. Also, für diesen Wert von T beträgt dieser Flächenhalt zwischen 0 und Pi genau 2 Flächeneinheiten. Zum Schluss, wie gewohnt, ein paar kurze Hinweise. Ich habe wahrscheinlich schon bemerkt, wenn man Probleme mit der Stammfunktionsbildung hat, hat man keine Chance, so eine Aufgabe zu lösen. Deshalb solltet ihr die Stammfunktionen für jede gängige Funktion beherrschen. Natürlich kann man Integrale auch in anderer Hinsicht benutzen. Zum Beispiel für die Flächenberechnung. Uneigentliche Integrale, also endliche und unendliche Flächenhalte sind von großer Bedeutung. Mittelwerte von Funktionen kann man auch mit Hilfe von Integrale ausrechnen. Sowie die Rotationskörper. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Zum Beispiel für die Flächenberechnung. Zum Beispiel für die Flächenberechnung.